Herzlich Willkommen zu einer neuen Mystery Time. Heute geht es um eine Geschichte, die tatsächlich so passiert sein soll. Los geht's! An einem Wintermontag, einem besonders kalten im Jahr 2005 oder 2006, war bei mir eine gute Freundin zu Besuch und dank meiner Mutter mussten wir noch einmal vor die Tür, da sie das Brot beim Einkaufen vergessen hatte, naja, aber was man nicht alles so macht. Meine Freundin und ich zogen unsere Schuhe und Jacken und schlossen die Reißverschlüsse weit oben am Kinn. Wir wollten natürlich so schnell wie möglich wieder zu Hause sein, deswegen versuchten wir, soweit es auf dem gefrorenen Boden ging, in einem Tempo zu laufen, in dem wir niemanden bemerken würden. Und zack, da war es auch schon passiert, als wir um die Ecke der Straße, die zum Supermarkt führte, liefen, knallten wir mit einem Kind zusammen. Wir haben uns erschreckt, aber als wir dann sahen, wie verkommen es unter diesem roten Umhang aussieht, dachten wir uns beide dasselbe. Der Umhang war schmutzig und die viel zu große Kapuze baumelte förmlich über seinem Kopf. Plötzlich sah ich, dass das Arme Ding keine Schuhe anhatte. In meinen Winterstiefeln bekam ich ja schon kalte Füße, wie muss ich erst dieses Kind fühlen? Ist alles okay bei dir? Fragte ich, aber dabei lief mir ein Schauer über den Rücken. Das Kind nickte nur. So abgemagert, wie es aussah, wollte ich es glatt fragen, ob es mit zu mir kommen will, aber es sah so aus, als ob es glücklich ist, so wie es aktuell lebt. Deshalb ließ ich es bleiben und packte meine Freundin und zog sie mit. Zügig lief mir weiter, doch als ich mich umdrehte, sah ich, wie es auf dem Bürgersteig plötzlich lag und sich nicht rührte. Dann überkam mich Mitleid und wir liefen zurück. Als ich das Kind antippen wollte, spürte ich, der Umhang war leer. Eine Frau, die ihm Friseurgeschäft gegenüber arbeitete, kam plötzlich zu uns auf die Straßenseite rüber und meinte, habt ihr das Kind gekannt? Nehmt den Umhang doch mit. Ja, aber das Kind war doch gerade noch hier, erwiderte ich. Dann sagte die Friseuse etwas Unglaubliches. Das kann doch gar nicht sein, sagte sie. Hier ist das Kind vor einem Jahr überfahren worden. Wir sagten nichts und gingen weiter. Jetzt wussten wir, warum es nichts zu uns sagte. Es war schließlich schon tot. Krass, oder? Mit dieser Geschichte wünsche ich euch viel Spaß beim Nachdenken und bis zum nächsten Video. Ciao. numer k Bis zum nächsten Mal.